Welcome to your Kerzenberatung. Ich war im TK Maxx und hab an allen Kerzen gerochen. Wir starten mit Pacific Coast, hat eher nach Pacific Foos gerochen. Das zweite war Zimtliebe, hat aber gerochen wie Zimtkotze. Ich weiß nicht, wie man sowas verkaufen kann, aber das ist nicht Eukalyptus, sondern vergammeltes Laub. Für langanhaltenden Gammelduft. Keine Ahnung, was Ginseng ist, hat aber leider gerochen wie Putzmittel. Und jetzt mal im Ernst, wie kann es eigentlich sein, dass jede Kerze widerlich gerochen hat? Und endlich habe ich die richtige für mein Zuhause gefunden. Diese Kerze hat geprickelt in mein Nase. Und weil ich mir immer weh tue.